Bitcoin ist mega bullish unterwegs. Nachdem wir in den letzten zwei Tagen hier am Chart extrem stark gepumpt sind, schauen wir uns jetzt hier an, wie weit diese Reise gehen kann und wann wir spätestens, zumindest mal einen kleinen Rücksetzer hier am Chart erwarten. Und damit würde ich sagen, servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air. Wir schauen uns heute Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, gehen wie immer zu Beginn ganz kurz darauf ein, was sich die letzten 24 Stunden bei Bitcoin und Ethereum getan hat und gehen dann rüber in den Chart, wie sieht es da aus, welche Levels sind jetzt aktuell ganz konkret relevant für mögliche Long- oder auch Short-Trades und gucken uns dann eben auch an, was unsere ganz konkrete Erwartung jetzt eben gesehen auf die nächsten Stunden und Tage eben ist. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet, auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten wir rein, Bitcoin notiert hier aktuell bei sage und schreibe 41.880 US-Dollar und ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden nochmal mit 1,4% im Plus. Hier fielen wir tatsächlich mit 0,3% im Minus, notiert hier bei den 2.230 US-Dollar, aber auch hier sind wir extrem stark gepumpt die letzten Tage, kommen wir dann nach Bitcoin eben dazu. Starten wir erstmal rein auf den Bitcoin-Chart und beginnen hier erstmal auf dem Daily-Time-Film. Für die Personen, die neu auf dem Kanal sind, wir gehen davon aus, dass wir seit unserem Altamai in einer WXYXZ-Korrektur abverkauft sind. Diese letzte WZ hatte hier in der 16k-Region ihre Mindestziele, demnach ist diese hier bereits gefunden, hatten hier auch die ersten kleineren Tranchen erlegt und zählen den nächsten Aufwärtsimpuls hier in Orange, dementsprechend Orange 1 gefunden, Orange 2 bereits im Expanding Flat gefunden und kommen aktuell hoch in unsere Orange 3 und hier beginnen die Mindest-Targets bei den 76.600. Was eben ein neues Altamai für Bitcoin in dieser nächsten Welle eben bedeuten würde. Bevor wir jetzt hier in die genauere Analyse einsteigen und uns die Orangen 3 nochmal ein bisschen genauer anschauen, wie immer ganz kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signal-Gruppe up-to-date. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, so sehen die Signale aus. Wie immer muss dazu gesagt sein, das Ganze ist keine Anlageberatung, so traden wir, ihr könnt die Trades nachmachen, müsst ihr es natürlich nicht. Wie traden auf Budget gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch darüber registriert, spart ihr euch im Endeffekt einfach einen Großteil an Gebühren und habt natürlich gar keine Kurserweichungen mehr, wenn ihr hier die Signale nach traden möchtet. Außerdem kommen hier eben auch immer so kleinere, ja, wichtige Updates eben rein, so wie gestern jetzt, da wir eben gesagt haben, wir sollten jetzt hier nicht reinschorten, das Ganze hier austanzen lassen, schauen wir uns aber auch hier gleich nochmal im Chart an. Talking News could be auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr hier den Austausch in der Community sucht oder einfach kleinere Trade-Ideen oder auch Updates von unserer Seite aus Intraday nicht verpassen möchtet. Gut, gehen wir rüber in den Bitcoin-Chart und gehen jetzt runter auf den 4-Stunden-Timeframe, hier spielt die Musik. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Orangen-3 nochmal in den blauen Counter teilt, dementsprechend sind wir aktuell in unserer blauen 1 und teilen diese nochmal in den weißen Count. Im weißen Count ist die 1, 2, 3, 4 bereits gefunden und kommen aktuell hoch in unserer letzten weißen Relle 5 und da gehen wir direkt nochmal einen Timeframe tiefer und zwar haben wir jetzt einmal hier die weiße 4 eben im Triangle unterteilt, demnach ist hier mit unserem rechten Low unsere weiße 4 drin und wir kommen aktuell hoch in einem Impuls. Dementsprechend haben wir jetzt hier bereits unsere 1, 2 ausgebildet, kommen aktuell hoch in unserer 3 und da hatten wir euch auch, ja wie gesagt, in der Talk-News-Gruppe und auch in der kostenlosen Ziele, die haben Sie egal, die haben wir Updates gehalten, da wir im letzten Video primär davon ausgingen, dass wir hier ein A-N-Diagonal in unserer letzten Welle 5 Reihen bekommen. Das hat sich aber insofern verändert, dass wir jetzt sagen, wir haben einfach, ja, unser High nochmal rausgenommen, das Ganze auch sehr impulsiv und ging dann direkt davon aus, dass hier wirklich die 41.800 US-Dollar die nächste Haltestelle sind und siehe da, wir haben die auch direkt angelaufen und jetzt wird es einfach interessant. Grundsätzlich gehen wir davon aus, 1, 2 gefunden, kommen aktuell hoch in der 3, würden dann eben nochmal eine Orangenewelle 4 erwarten und dann noch ein letztes Mal ein Higher High in unsere Orangenewelle 5 eben reinzubekommen. Aktuell sind wir bereits im Zielbereich, im Optimalbereich, das heißt 1.618er bis 2.490er ging hier von den 41.600 US-Dollar und reicht hoch bis zu den 43.000 US-Dollar und jetzt wird es einfach insofern interessant, entweder wir laufen jetzt heute den Tag hier seitwärts, das wäre ja ein bisschen weniger bullish, sage ich jetzt mal, dann würden wir jetzt hier mit unserem Top bereits unsere Orangen 3 ausgebildet haben, gehen wir aktuell eher nicht davon aus, kann aber natürlich trotzdem passieren, dann würden wir jetzt hier mit unserem Tag seitwärts laufen oder gegebenenfalls auch länger, dass wir eben hier proportional das Ganze stimmt mit unserer Orangenewelle 2. Wir können sie auch gerade mal hier bemessen, dass wir dann jetzt hier, sagen wir jetzt mal, roundabout hier zwei Tage, drei Tage, vier Tage vielleicht in unserer Orangenewelle 4 dann eben verweilen und dann erst nochmal in Richtung Higher High pushen oder Option 2, dass wir eben jetzt hier direkt unser Higher High rausnehmen und spätestens, wenn wir hier tatsächlich die 43.000 US-Dollar verlassen, gehen wir davon aus, dass es sich hier eben noch weiterhin um unsere Orangenewelle 3 handelt und wir jetzt hier dann direkt in so einen nächsten Zielbereich reinkommen, der hier beginnt beim 2.600 8er bei den 44.850 US-Dollar. Das wäre dann wirklich extrem bullish, dann würden wir aber auch hier eigentlich spätestens unsere Orangenewelle 4 erwarten, um dann von hier aus nochmal ein weiteres Higher High eben reinzubekommen. Was wir hier gerade noch machen können, ist uns einmal unsere Bereiche reinladen, sollte es sich hier bereits um unsere Orangenewelle 4 handeln. Und zwar nehmen wir uns einfach mal unseren Wellen4 Retracement Block und zwar gehen wir dann mindestens davon aus, dass wir hier die 40.937 US-Dollar erreichen. Wir legen sogar dann eher einen Fokus hier auf 0.382er bei den 40.000 bis runter auf 0.05er bei den 39.440 US-Dollar. Die Targets dann von unserer blauen 2 haben sich natürlich auch nochmal ein bisschen verschoben, da wir jetzt hier wirklich relativ stark nach oben gepumpt sind. Beginnen aktuell, wenn das Top jetzt gerade drin wäre, bei den 32.450 US-Dollar. Fokus liegt statistisch gesehen auf dem Golden Pocket, beginnend bei den 30.500 US-Dollar. Man kann das Ganze noch ein bisschen anders zählen, was uns aber aktuell einfach nicht primär gefällt. Und zwar das Ganze auch so, dass hier links die Orange und 3 ist, aber wir das Triangle hier ein bisschen anders zählen und zwar als Crew Triangle, was an sich einfach schon bereits unwahrscheinlicher ist, dass wir eben hier ein A, B, C, D, E eben reinbekommen haben. Dementsprechend unser weiße 4, 2 Highs oder 2 Lows weiter rechts gefunden ist und wir dann jetzt eben noch einen letzten Impuls erwarten. Heißt, das Ganze könnte dann bereits dieser Impuls hier gewesen sein, der im anderen Count die untergeordnete 3 eben darstellt, dass das hier bereits unsere letzte weiße Welle 5 ist. Gefällt uns A proportional nicht gut und ja, ist das Ganze einfach hier auch bereits in der 4 eben diese Art der Korrektur eher unwahrscheinlich. Aber sonst hier können wir auch ganz kurz auch mal die Targets reinladen, wenn jetzt hier einmal eben die 44.111 US-Dollar, die hier theoretisch noch interessant werden könnten, sollten wir weiter pushen. Wie gesagt, wir gehen aber primär sowieso davon aus, dass wir hier unseren übergeordneten großen Impuls eben reinbekommen. Ich mache ihn gerade nochmal an. Heißt, dass wir hier entweder jetzt unsere Welle 4 ausbauen, paar Tage seitwärts laufen oder heute im Laufe des Tages noch die 43.000 rausnehmen und dann hier direkt in Richtung 44.850 US-Dollar pushen, dann unsere Welle 4 reinbekommen und dann eben im Anschluss nochmal ein letztes weiteres High-High eben reinbekommen. So viel eigentlich zum Fahrplan bei Bitcoin. Wir gehen direkt rüber in Ethereum, das Ganze hier auch kurz auf dem 4-Stunden-Timefilm. Geht natürlich auch aus, dass der Boden gefunden ist. Orange 1 hinterlegt, Orange 2 hinterlegt, kommen aktuell hoch in der Orange 3. Selbes Spiel, auch hier würde das eben ein All-Time-High bedeuten in unserer Orange 3 und teilen diese nochmal in den weißen Count. Dementsprechend 1, 2, 3, 4 gefunden, kommen aktuell hoch in unserer letzten weißen Welle 5. Und auch hier mussten wir ein bisschen was am Count anpassen. Grundsätzlich haben wir sich aber die Levels nicht allzu stark verschoben. Wir gehen davon aus, dass wir hier einmal ein 1, 2 hier unten ausgebildet haben. Die 2 im Flat kommen jetzt aktuell hoch, auch hier in unserer 3 eben. Und jetzt wird es interessant, entweder nehmen wir jetzt hier direkt unsere gelben Wellen 3 Zielbereich raus, der hier geht bis zu den 23.335 US-Dollar, dann erwarten wir hier selbe Spiel. Auch das Anlaufen unseres nächsten Zielbereiches beginnt beim 2.618, bei den 2470 US-Dollar. Spätestens dann erwarten wir aber auch hier unsere Wellen 4 Korrektur, um dann anschließend noch ein letztes Mal eben in Richtung Higher High zu gehen. Hier war die 2 ein bisschen länger, macht aber nichts. Wir können das Ganze auch trotzdem mal hier bemessen. Wäre jetzt hier eine Woche gewesen. Heißt, wenn wir jetzt hier auf jeden Fall heute den Tag seitwärts laufen, steigen hier auch wesentlich die Wahrscheinlichkeiten, dass es sich hier bereits um unsere gelbe 4 handelt. Und wir können uns mal ganz kurz hier die Bereiche nochmal reinladen für unsere gelbe 4, wenn wir uns mal gerade hier unsere Wellen 4 Vorlage reinmachen. Und zwar würden die Tages hier beginnen bei den 2.200 US-Dollar. Wir würden jetzt eher einen Fokus hier aufs 0.2 bis 0.5 legen, wenn es sich jetzt hier wirklich um die 4 handeln sollte. Beginnt bei den 2.160 und geht runter bis zu den 2.125 US-Dollar hier bei Ethereum. Okay, also hier auch nochmal zusammengefasst, wir gehen auch hier primär davon aus, dass wir entweder jetzt direkt unsere gelbe 3 ausbauen, dann würden wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal den Tag seitwärts laufen, das wäre schon mal das erste Indiz. Oder wir nehmen hier unseren Bereich raus und gehen direkt in den nächsten, in unseren Überextension-Bereich. Wir gehen bei den 2.470 US-Dollar. Auch hier gibt es natürlich die Option, dass wir das Ganze ein bisschen anders counten. Weiße 3 hier drüben gefunden, sonst hier die weiße 4 im Triangle. Die noch ein bisschen weiter rechts das Ganze eben hier gefunden. Und würden dann auch hier nur diesen einen Impuls erwarten. Bereiche haben sich hier nicht verschoben, das ist einfach nur unsere weiße Welle 1 angelegt an das Low der weißen Welle 4. Heißt, wir können uns auch hier theoretisch vorstellen, dass das Ding zeitnah dann ist. Gehen wir aktuell nicht primär davon aus, würden euch dabei auf jeden Fall dann in der Talking-News-Gruppe up-to-date halten, sollte das der Fall sein. Und dann würden wir auch hier eben das Anlaufen unseres Zielbereichs im nächsten Schritt dann eben erwarten. Heißt, dass wir hier dann in Richtung der 1.860 US-Dollar kommen. Statistisch gesehen auch hier Fokus auf dem Golden Pocket bei den 1.770 US-Dollar. Genau, das soll an der Stelle auch schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Gerne mal ein Like und Komi dalassen. Und sonst würde ich sagen, Trading ist raus. Wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Crypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.